Was kauf ich? Go, Spider! Komm, Spider, spring zu mir! Wo ist denn der Aesthetic-Din denn nochmal? Guck unter Movement! Wisst ihr was? Ich spiele Riven mit Smartcrust! Woohoo! Hast... Ne... Ja... Was zum... Hab ich grad gefisstet am Pyron Hab ich hingeguckt, tut mir leid Richtig in den Arsch Hm... Tut mir leid, ich hab's nicht gesehen Ruh, nur ganz allein da hinten My aim is steady So, ich... Ich geh... Du musst dahin... Alter, du warst ja übelst laut Ja, ne? Ich? Ja, du! Meine Mutter! Lass dir drumbleiben! Aber wir kriegen... Ich geh ja jetzt nicht... Ich geh ja lieber nicht rein! Halt, ich geh, ist okay Warte, warte, warte... Go, go! Schaut auf, die kann... Die kann sowieso alle aufdecken Nein! Ich hab'n Creep bekommen! Yes! Und was? Tschüss! Von den Lies! Lol Von den Lies, die Spinnen, die sind ja Creeps Haben wir euch eigentlich auch grad dieses Verstummen so verschoben? Au! Schießt'n der! Drecksal, Alter Was für ne Abklingzeit hat das Hellsehen? 30, glaub' ich Nicht viel, nicht viel 60, glaub' ich Ich glaub' 30 Das ist ziemlich gut hier Drei Mal Na, Quatsch Vorsicht, da ist noch der Lies! Was? Oh, GP Los, Spider, spring zu mir Ich hab' auch keinen weh Los, spring hin! Nein! Alter! Aua! Mach deine Q, Spider, los! Hab' ich doch nicht ready, Mann! Mach deine Q, Spider! Wow! 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 Du bist halt nicht getroffen, Alter, Titi! LoL! Aha! Uuuu! Yes! Ja, aber wann geht die... What the fuck?! Wir haben ihren... LoL! Der geht ja nicht zum Creep hin! Alter! Mach doch deinen W, Spider! ! Oh mein... Ich katt' die Fresse! Ich suche nur, dir zu zeigen, wie mein Spiel ist. Ne, will ich aber nicht lernen! Ah, tut mir leid! Junge! Mit deiner W, Ultra! Du hast gleich alle neun Pods aufgebraucht! Eben, er hat ja seine Wege-Skill, könnte er viel besser dodgen. Er würde aber keine Kills machen können. Aber es ist, sie fliegen doch auch hoch. Er hat ja gar keine Kills, von daher kann er auch keine machen. Junge! Jetzt spring hin, los! Nein! Und spring mit dem Weh wieder zurück! Dann bist du zu retarded, dann bist du zu retarded. Und vom Kuh getroffen von Kennen. Ah, Loser! Bam! So schlecht. Und dann trifft er die Kunig mal. Die Weh kannst du nicht verfehlen. Das war aber mit der äußersten Spitze. Oh, wo ist Baylife noch? Ja, den hab ich auch schon. Der ist nicht bei denen. Doch, er hat doch schon hier Spider-Eimer geteilt. Da ist er. Los, mit dem Weh und spring zu und. Überlebst du vielleicht. Überlebst du vielleicht. Oh mein Gott! Du bist so bad! So bad! Oh ne, Alter! Der war nie bei seiner Wege-Skill. Am Tyrann. Du gehst mir so auf den Nerven-Fixer. Nein, dafür viele ich nicht. Willst du. Tschüss. Nein, lass mich nicht da sein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, danke, danke. Nice, 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 nice. Und dann töte sich langsam aber nicht. Mach deine Kuh, Spider! Oh mein Gott, Chrissy, du bist so bad! Äh, Spider, Spider! Das ist Chrissy! Oh, ich mecke. Loser sollte einen Pot trinken. Wenn man einen Pot trinkt, dann kriegt man Leben wieder. Sorry, ich mein Spider. Moment, kommt alle her. Ihr kriegt alle einen Heal außer Chris. Yes! Ich möchte ihn auch igniten. Komm her, Lux! Wer hat denn da gerade Dose benutzt? Was ist denn das für ein GP-Skin? Das ist total hässlich. Junge Akkidium-Gipster! Bei deinem Weg könntest du nicht entschuldigen, weil das ist keine unnötigen Fragen, Christian. Die sehen dich, ne? Du wirst ja nicht reportet. Du bist tot. Nein, glaube ich nicht. Ach, komm! Okay, er ist tot. Ja, mit deinem Weg könnte er jetzt in einen Minion springen. Ja. Du könntest in einen Minion springen? Zu welchem Minion, Alter? Von Dark-Minion oder zu meinem Pyron-Minion. Warte, komm her. Ich möchte springen. Komm her! Spring! Du schaffst es! Springen! Der Pyron-Typ ist so retarded, Mann. Ich hab noch niemand zu hören mit gesehen. Du. Was hab ich noch nie gesehen? Nein! Aber du bist auch... Tja, hättest du den Weg gehabt, hättest du schon richtig. Oh, fuck. Nein, Leute. Nee, nee. Können wir fighten? Ja, wow. Gut, das war ne verdammte Idee. Gut, das war ne verdammte Idee. Gut, das war ne verdammte Idee. Ja, man bemerkt will. Ach, hier, Leute. Komm. Nein! Fuck. Weißt du, das einzige was ich mache, ist mein Vogel abschießen. Das ist aber das einzige was ich ein Viertel machen kann, eigentlich. Das war dann, du bist tot, ne? Ja. Bin ich gar nicht. Ich hab da chillig machen. Wenn er mit dem guten Ward jump rüber geht. Okay, ich bin doch froh. Anstatt den Ward einfach... Bin ich gar nicht! Laber doch nicht! Ehhh! Okay. Ich hab ihn zwar im Warding gesehen. Du stehst. Ja. Super, dann kannst du vielleicht da hinspringen und die Gegner verwirren. Nein, ich steh nicht. Eins, zwei. Wie sieht es? Eins, zwei, zwei. Good job. Ja, der hätte wirklich eine W-Skillen sollen. Stell dir vor, ich hätte, ich hätte die zwei Quilter bekommen. Stell dir vor, dass die W-Skillt. Okay, haben wir alles gemütet. Hahaha. 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 Da fehlt einer! Ja, du hast ihn gemacht. Wo sind denn die? Warum ich? Mit deiner... Du warst das tot. Nein, mit der Kuh. Haha. Bleck. Die sind unten hier. Die sind da irgendwo. Da drin. Da sind alle. Ist doch egal. Wir haben Timo. Runo. Sag mal, Runo, warum kaufst du ja nicht DPS? WTF, lol? Ach, das ist das synthetic. Und du hast auch das richtig. Wow. Hahaha. Unbedingt willst du was finden, ne? Ey, wieso sind die Geister eigentlich weg? Wow. Really? Ah, deine Fresse, man. Ja, guck mal, die Geister sind nicht da. Ja, die hat sie gerade gemacht. Ja, die hat sie gerade gemacht. Die Lux hat sie gemacht. Baylight? Ne. Vertraue Baylight hat sie gemacht. Oh, ich mach mal den Rapper. Oh, Toad. Hättest du mal den Wege-Skill? Hat deine Fresse. Aua. Ich bin, oh mein Gott, ich bin weg. Wir können eigentlich fighten. Komm, lass weiter. Wenden wir eigentlich, ja. Aber ich hab Angst, ich will nicht fighten. Hey, was wollen die? Was wollen die? Was wollen die? Was wollen die rollt der? Was wollen die rollt der? Aua. Ich will sie. Fail. Ja. Ich weiß. Ich beschütze dich. Oh, fuck. Jetzt nicht mehr. Ah, ich hab mich ignited. Hab ich mir eins. Ich- Ja. Hä, ich bin jetzt. Dämmchen. Auf ihn, Spiderswein. Leck mich. Nehm den Vogel. Auf ihn! Go, go! Du bist tot, was? Du creeps! Yes! Zehn Gold! Er war tot! Mundo ist hier! Er geht über die Länge! Ah, das ist ein Wegeskill! Nein! Wie soll es dir? Kann ich so sagen, so! Niemals! Auf den Mundo, go, go! Agree. Dann kriegst du nicht. Verarscht! Gug, wem geht da rein. G Dienstag hättest du sogar noch wieder Ich hab ihn noch so bekommen. Entschuldigung. Yo, super. Da bist einer. Go, go! Los, der ist ein Water, kannst du hinstimmen mit deiner W. Ich glaub ich wurde nicht mal einmal gebrochen. Okay, okay. Ich glaub ich bin auch nicht tot. Startkillstil. Ich hab, ja, erst halt dann sein E gespielt. Sein W, W, W. Der hab ich schon lange gespielt, den W hier. Ja, ja, ja. Warum sieht man eigentlich die Range von der E von Lux immer so spät erst? Weil du die Augen nicht aufmachst. Dieses Rote, das wird wirklich erst später. Ja, 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 ja. Kann ich wieder so einen Petro Wind skinnen? Ja. WU. Ich bin tot. Alter. Wie, da, what the fuck. Echt jetzt? 5, 4. Sagt der Richtige. Nein, nein, nein. Da steht da nicht hin. 5, 4. Wir müssen jetzt sterben. Das war witzig wahr. Nein, er hat doch jetzt einen Weh. Es kommt auch weg. Bringt er rein und weht wieder zurück. Scheiße. Hättest du geweht, wärst du jetzt nicht im Messer drin. Ja. Oh mein Gott, Hilfe! Oh mein Gott, das ist doch weg. Juhu! Bruno? Wir dürfen nicht weg, wir dürfen nicht auf die Sade-Lane. Sade-Lane? Sade-Lane. Brauch XP? Wohin geht's? Schau mal an. Übrigens, da ist gewartet. Übrigens, Krissi hat 3 Minions, Dark hat einen Minion. Ja, ich habe 3 Minions dadurch, dass ich 3 mal jeweils 1, 2 mal den Poli gekillte. Natürlich, der darf noch ein bisschen weiter gehen. Obwohl er gestunt war. Go, Krissi, go. Leck mich. Leck mich nochmal. Ja, leck mich nochmal. Ja, leck mich nochmal. Und die Gegner rein. Oh, ich muss weg. Wuh! Komm, Stieger. Stern. Yes. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Stellt euch vor, Timo. Hauptsache, er überlebt. Danke für Sie. Aber dann sterbe ich vielleicht. Ist egal. Was? Das war mein Triple. Komm her, du scheiß Cannon. Nein. Ja. Das ist mein Quadra. Oh mein Gott, das ist der Panther. Jetzt rennt doch nicht weg. Und der Mundo, mal wieder. Ich mache doch ein bisschen mehr Schaden mit meiner W. Boah, Rusty. Endlich. Riffen macht eher Spaß auf Level 3. Weil, ich meine, den eh schon hat. Ist der Mundo noch drin, oder? Nein, der Mundo ist auf der Lane gewesen. Er ist aufs Level 2. Okay. Lass mal die Lux. Da. Warum sieht die so aus? Töte sie! Was macht der denn da? Oh, hinter mir. Hi. Der macht eh nichts. Jawohl. Wie viel Damage macht dieser Move? Alter, wie lucky. Wurde gestunnt. Lisa, hast du jetzt einen Tower Hit bekommen. Fange mich auf gerade. Ich wollte ihn auch erknalten. Wow, Spider, wow. Wow. Er ist tot. Lol. Alter! Er hat nur noch Mord. Lass auf, die können sie sehen. Deck mich. Alter, kauf dir mal ein Orakel, man. Das Geld hast du so schnell. Wenn ich sterbe... Woll ich mal sterben und einen kaufen? Nein. Oh, oh, oh. I'm dead. Was war das denn? Du hast die Hälfte deiner Skits nicht gezogen, Ampiron. Was? Halt die Fresse. Was ist Ampiron? Was? Ich hab mich so komisch geflasht. Oh, 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 oh. Manchmal war der executed? Alter, Spider. Verpiss dich. Was denn? Nichts? Nichts? Boah, Alter. Stop feed, Runwayne. Echt jetzt? Den hast du überhaupt nen Deutsch geklaut. Iiii, sie sagt da... Report sag ich da nur. Ach, komm schon. Lass sehen. Soll ich jetzt nen Orakel... Also, ich brauche jetzt nen Orakel. Stark hat schon einen. Schade. Dann hab ich jetzt Static. Spider hat auch eins. Der will vor mir die Dings klauen. Super. Super, Runwayne. Jetzt brauchst du noch eine Warmog, so. Lass ihn töten. Einen. Okay, dann hole ich... Boah, Alter. Fuck. Töte dich selbst, Mundo. Ich befehle es dir. Leg weg! Fixer. Da hinten sind mehr vor. Die Gegner. Aber die Gegner sehen mich, ne? Oh mein Gott, ey. Oh, das Mundo. Das Mundo. WCH Nachbar. Das Mundo. Ahjaja. Hahahaha. Ja, das ist bei der Dross... Man. Oh mein Gott! Hahahaha! Oh mein Gott! Hahahaha! 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 Junge! Udo, du bist so ein... Aaaah! Hahahaha. Ok, ich bin einfach, Alter. Du bist so ein kleiner Wichser. Auf, Body! Ach, scheiße. Oh mein Gott! Ich wollte mich nur verteidigen. Bei mir sind gar keine Namen mehr, weil ich die ausgebildet habe. 2 HP! Und wie war das doch? Aua! Das war Nummer 2. 1 HP! 1 HP! 2 HP! 2 HP! 1 HP! 2 HP! Mach den Namen wieder an! Ja, wie denn? Ich hab den Shotgun vergessen. Mit K! Auch nicht. 2 HP! 2 HP! 2 HP! 2 HP! 2 HP! 2 HP! 3 HP! 3 HP! 3 HP! 4 HP! 3 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 HP! 4 HP! 3 HP! 4 HP! 3 HP! 4 HP! 3 HP! 4 HP! 4 HP! 4 HP! Ist der deswegen chillig hier unten? Nein, der hat noch eineinhalb Minuten. Am Gast Malux gehen die ist noch irgendwo. Wahrscheinlich im Buschtraum oder sowas. Ah, siehst du? Ich wusste, dass sie da ist. Fuck. Aha. Du hast den auch nicht bekommen. Der ist mir doch egal. Alter, ist der Tanki. Wichtiger ist, dass du ihn nicht bekommen hast. Ähm, Leute, wir sollten vielleicht Timo retten. Ist das schon wieder ein... Ich möchte nicht sterben. Aber ich möchte, dass du stirbst. Aber ich nicht. Das darf man doch. Warum soll man sie nicht bitten? Weil es etwas unverpflichtet ist. Ja gut, wir laufen wieder. Schluss stoßen. Ich habe ganz viele Komiota, oder machen sehr viele. Da war es nicht jemand. Okay, 25 Sekunden. Los, kleiner Creep! Tööööön! nein, Elise mach den kleinen Creep her. Och so... sie hat einen Komiota Sundance. Sinnlos zu regeln, okay Ich glaube da hat was geschrieben Wir haben gewonnen Glaube ich nicht Oh ich bin noch gar nicht Level 6 Nein Was denn ist das? Tötet ihn Sack Junge Adobe Erd-Backlaunch Wird es mich f...